Oh yeah! Sag mal ruhig, ich wollte dir was sagen. Moin Leute, ein neues Gameplay-Kommentary ist am Start. Mal ganz spontan. Na, was sagst du dazu, Mike? Bring dich! Ja, ich habe mir gerade überlegt... Wir spielen jetzt eine Runde. Ganz spontan. Bzw. wir nehmen jetzt eine gespielte Runde auf. Ich hab gerade gezwungen. Achtung, du bist gezwungen. Du kannst gerne aus dem TS-Channel rausgehen. Das ist ja ein freier TS-Channel. Naja, geil. Und ich krieg schon wieder auf den Sack. Ich pack gleich auch die AEK wieder aus. So, wir müssen die Runde jetzt schnell gewinnen. Ich hab keinen Bock, ein 20-Minuten-Video hochzuladen. Okay, es wird ein 50-Minuten-Video. Ja, ich glaub das... Auf geht's! Ich pack jetzt die AEK aus. Dann geht das schneller. Alter. Mäh ich da durch. Geht's feeden, Alter. Du gehst eh immer feeden. Weiner. Da, weiner, da, weiner. Da, weiner, da, weiner. Ich hab' die Hunde so. Okay, das war eine scheiße Idee. Wo hockt der Typ mit deinem Ver- Waaah. Scheiße, viel. Kann man bei dir spawnen? Ach, du bist da. Ja. Dann kann ich den Typ... Nicht! Hahaha. Du warst tot. Nein, falsch, verklickt. Jetzt so. Fertifil jetzt schon wieder. Ne, 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 ich bin nicht gestorben. Ja, ja. Ja. Waaah. Mann, Alter. Das ist ja unglaublich. Ich stehe. Nein, ich muss nachladen, ich muss nachladen, ich muss nachladen. Komm, hier. Komm zurück, verdammt. Boah, geil. Ja, geil. Ja, ich auch, Alter. Es ist ein Dauerfeuer mit deinem Ding, Alter. Ja, ich kann nicht spielen. Ich campe einfach mal mit meinem Mg. Und das, meine Damen und Herren, ist Teddy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Aim sollte ich vielleicht... Oh mein Gott. ...nicht vergessen. Erisch. Der Typ gammelt da immer noch mit seinem scheiß Mg. Oh, er randt einfach raus. Auch gut. Boah, übelst lag gerade, ey. Ich schwöre. Bei mir ist alles in Ordnung. Komm hin. Bei mir hat es gerade gelaggt, wo ich den Maschinentypen abknallt. Ah, da bist du ein Mate. Ah, komm. Verpiss dich. Ah. Komm. Ganz hinten ist er noch. Ja, ich bin gerade wieder halb tot. Und natürlich trifft meine Netten einfach wieder gar keinen. Boah, scheiß Spaß. Scheiß Spaß. Scheiß Spaß. Scheiß Spaß. Scheiß Spaß. Das war eine Scheiß-Idee da rauszulaufen. Ich wollte dich eigentlich wiederbeleben. Aber... Mann ist ja sozial. Sofern du das warst. Du hast schon wieder das gleiche Völk mit einem anderen Deppen, der sich das... Aber warum immer ist, Alter. Wir haben was gegen mich. Ne, du bist so cool. Die machen dir alle nach. Ja. Das stimmt allerdings. Ich wollte ja nicht stehen bleiben. Ich wollte ja nicht stehen bleiben. Ja, komm. Ich bin ein Soldat, der aus den Ruhestand kommt, ja? Achso. Ja. Ja. Ja, komm. Boah, dann. Geh mal wieder zurück in den Ruhestand. NIEMAS! Lauf ich ja wieder den ganzen Tag nur. Jo! Hm, wann war der denn da? Der kämpft wieder. Der Bastian mit deinem Maschinengewehr. Das war ein Auto. Und kein Gegner. Ich mag's ja keine Autos. Ah, Granate. Ah, schon wieder Granate. Verdammt, lass mich doch in Ruhe. Komm, wirf das Medikit. Ich glaub, die kommen gerade runter. Ich bin auch froh, wenn mir mal ein Medikit geschmissen wird. Ja, ich komm zu dir. Du bist zwar im anderen Arsch der Map, aber egal. Schon tot. Ja, egal. Ich komm trotzdem. Dann bin ich bei dir gespawnt. Doch, ich bin nicht bei dir. Hier oben sind gleich zwischen. Trash in der Ecke, so. Ja, wir sind schon tot. Aber hier kommt noch mehr. Ich seh keine Gegners mehr. Da ist einer. Ach! Ja. Verdammt. Das ist aber schade. Oh, ich wurde. Wieder blöd. Halt, ich bin nicht bei dir. Was? Ach, das war das ein, was ich da will. Und auf die anderen Seite. Ich bin nicht bei dir. Was? Yo, bam! Das war zwar mehr Glück als Skiddle, aber egal. Mein Aim ist gerade ein bisschen für den Arsch. Was macht er denn da? Jawohl, guckt euch das mal an. Warte. Ich zweifel, dass ich ihn da durch die Wand kriege. Komm! Ah, ich hab ihn aber noch gekriegt! Der Junge hätte es gerade sehen müssen. Er hat's da, keine Ahnung, so dumm durch die Wand geglitscht. Er lag wieder halb in der Wand drin. Das ist cool! Ja. Das war ein richtiger Hobby Gangster. Kann Kurven schießen! Wounded Style! Yo! Er liegt wieder hier oben. Yo! Yo! Auf zum Paddy hier! Waaah! Wow, da ist ja voll die Party-Done. Ja, das habe ich gerade auch gemerkt. So, hier noch ein bisschen ritzen. Ritzen. Ritzen, ritzen, ritzen. Jetzt habe ich da auf die Stats... Boah, ich hab so... Ahahaha! Warum habe ich auf die Stats geguckt? Jetzt habe ich die Gegner nicht gesehen. Eyo! Weg, 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 weg! Stirn. Herz ist schneller nah, verdammt! Sind die noch hier? Davai! Davai! Wodka, Wodka. Ja. Ah Gott. Der hilft uns auch nicht, Patty. Den müssen ich mit zu helfen. Mit Alkohol wird alles besser. Ah, den nimmst du wieder A ein, die Spastis. Ich hab's verlockt mit dem. Ich war gerade bei C. Jetzt muss ich wieder zurück klatschen. Ah, da war doch einer. Ja. Dem. Ja. 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 Ah, ich seh die nicht. Die blocken hier alle verdammte Scheiße, blockt mich nicht. Die blocken, ist ihr Hobby. Und er, ah ja. Ja. Ich sterb nicht. Das hab ich auch nicht nötig. Das hast du nicht gekillt. Ah. Ich trau mir gar keinem mehr aus, ey. Ich trau alles. In die Luft. Ah, da kommt schon mal die nächste Granate. Ah, er rafft das gar nicht. Ah, er ist da gespawnt. Ja, auch geil. Ah, er rafft das gar nicht. Ah, er ist da gespawnt. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Woh! Ah, ich könnte mal was bekannt geben. Und zwar. Wollte ich ja eigentlich noch mehr Battlefield auf den neuen Maps bringen. Aber ich glaube das fällt flach. Naja, vielleicht kriegen wir ja mal ne gute Runde. Vielleicht, aber die neuen Maps sind bei mir eigentlich so weit unten durch. Die gehen mir so auf die Eier. Das ist unglaublich. Daumen runter für die... Daumen runter für die... Oh, der Gun... Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Mach die ganzen Maps kaputt, dieses scheiß Gunship. Das ist unglaublich. Ja, Mann. Ich war eben zwei Minuten auf einer Map. Ich hatte... Ich hab vier Deaths kassiert. Drei davon waren vom Gunship. Und das ganze ist, weil ich komme mit zwei Schritte mal bewegen. Ja, hatte ich noch Schlimmeres gehabt. Hattest du noch Schlimmeres gehabt? Ja, das war aber gerade das Beispiel, was mir gerade so... Noch griffig war. Oh Gott. Ja, guppy schnell! Alter, C4 an die Flagge, du kleiner Kack-Noob. Dampf nicht. Der hat locker Hodenkrebs, aber deswegen macht man's scheiß. Ähm. Hm? Hab ich... Keine Ahnung. Ist mir jetzt egal, ob ich ihn wiederbelebt habe oder nicht. Ah, sieht gut aus die Runde für uns. Ja, endlich mal. Feuerzeuger! Wooo! Haha. Hat er wieder gesnipet mit der Schrotflinte oder was? Yo! Ah, verklickt. Grad hab ich's ihm so ein bisschen mit verklicken. Ich bin mal gespannt, wie lang die Runde jetzt war. Langer Fetish. Ah, wie verstehe ich wieder Stunden am Hochladen. Ah, was geht denn hier für ne Party ab? Ja! Oh ja! Mann. Yo! Yo! Scheisse! Freak Show, ey! Ich will auch einen töten, Mann. Ich will auch einen töten. Ich will auch einen töten. Ich will auch einen töten, 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 töten... Nein, hier ist es nicht mehr. Und so weiter. Unglaubt, wie viele Runden haben wir heute schon gespielt? Das war die zweite Runde, die wir gewonnen haben. Von? Von 10? Nein. Locker. So, das überspringen wir jetzt mal, das überspringen wir auch. Oh, 12 Minuten, das geht ja voll klar. Yo. Hast du noch was zu sagen? Sonst würde ich mich jetzt hier von meinen netten Zuschauern verabschieden. Ja, dann würde ich mal sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und vor allem zugehört habt, denke ich mal. Und wir haben zwar nicht sinnvolles geredet, aber na gut. Und ja, ihr könnt gerne auf meinem Kanal auch vorbeischauen. Ich denke mal, der verlinkt das, der Typ hier. Ja, natürlich. Ich verlinke auch, wo mir das gerade einfällt, das Resident Evil 6 Let's Play. Okay. Für die Leute, die es... Ja, von Combo noch meins. Ja. Richtig. Gut, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, denn der Typ hat es echt verdient. Und ja, dann kannst du jetzt hier noch was sagen. Ja, ich habe jetzt gerade nichts mehr zu sagen, außer guckt beim Let's Play vorbei, was wir zusammen machen auf seinem Kanal. Und dann würde ich einfach mal sagen, macht's gut und Bananarama! Bananarama! Ja. Ja.